Ja, hallo zusammen. Heute geht es ein bisschen actionlastiger zu und her, denn wir reden über Aquaman 2. Aquaman 2 oder Lost Kingdom ist der neue DC-Film. Er kam schon letztes Jahr raus, aber ich kam noch nicht dazu, die Kritik hochzuladen. Heute ist es soweit. Die Regie führt James Wan in diesem actionlastigen Film, der so eine Stunde 55 Minuten lang ist. Und ja, jeder, der mich ein bisschen verfolgt hat letztes Jahr auf Instagram vor allem, weiß, dass ich mit DC nicht ganz so glücklich war, dass zwei Filme in meiner Flop 10 gelandet sind. Einer sogar in die Flop 3, nämlich Blue Beetle. Shazam 2 war, glaube ich, so Flop Platz 6 darum. Und auch vom Flash war ich jetzt nicht wirklich geflasht und deshalb war ich sehr gespannt, wie mir Aquaman 2 gefällt. Und, soviel schon mal vorneweg, Aquaman 2 ist nicht in der Flop 10 gelandet, also hat er mir schon mal besser gefallen wie Shazam und wie Blue Beetle. Was hat mir besonders gut gefallen in diesem Film? Es war der Humor. Der Humor hat wirklich gepasst. Ich musste öfters mal lachen in diesem Film. Das Zusammenspiel der beiden Hauptdarsteller, Jason Momoa und Patrick Wilson, haben top funktioniert. Jason Momoa hat schon Aquaman 1 gespielt, logischerweise als Aquaman. Kennen wir auch aus Fast and Furious 10 vom letzten Jahr. Und Patrick Wilson, den kennen wir ja auch aus der Horrorreihe Insidious. Und die können Schauspielern und die machen Spaß und es gab so die typischen Vater-Sohn-Szenen, weil er ist ja gerade Vater geworden. Es gab Szenen, die ein bisschen ekliger waren, weil Dinge gegessen wurden, die ich jetzt nicht erwartet hätte, dass man die isst in diesem Film. Und da gab es natürlich immer mal wieder was zu lachen. Action war immer da. Sie sah zwar nicht immer so gut aus. Ich fand sie sehr, sehr CGI-lastig. Was ja natürlich klar ist, das meiste ist unter Wasser. Natürlich ist da CGI, ist mir natürlich auch bewusst. Aber sie sah nicht immer so top aus. Also letztes Jahr gab es ja auch den Marvel-Film Ant-Man and the Wasp, ich kann nicht mehr reden, Ant-Man and the Wasp Grandomania. Und auch der war schon sehr, sehr CGI-lastig. Und Aquaman 2 kann das sehr, sehr gut mithalten. Aber, ja, ich habe ihn auf 2D, nicht auf 3D gesehen. Und ich hatte nach diesen zwei Stunden schon Kopfschmerzen gehabt, weil es immer geflimmert hat, immer kam wieder eine Explosion, immer war irgendetwas zu sehen und halt eben nicht immer auf dem allerhöchsten Niveau. Ebenfalls mit von der Partie ist Amber Hart. Und das hat mich sehr, sehr überrascht, dass sie mit dabei war. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so schnell wieder auf der Leinwand zurück ist, nach dem Johnny Depp-Fall. Das hat mich nicht gestört, aber ich war überrascht, dass sie da vorgekommen ist. Sie wurde sehr stark gekürzt, habe ich gehört, aber sie war mit dabei. Ebenfalls dabei ist Nicole Kidman, auch die kennt man schon von Genüge und hat auch bei Aquaman 1 schon mitgemacht. Jaja Abdul-Martin macht da mit. Er hat Black Manta gespielt, den Gegenspieler von Aquaman. Und ja, das ist so der Cast, der da zu sehen ist. Was soll ich zur Story sagen? Die Story ist sehr schnelllebig, also wirklich, es ist immer was los, Action pur. Aber sie ist sehr einfach und sehr vorhersehbar. Es wird massiv was aufgebaut, was nachher mit einem Fingerschnips am Schluss gelöst wird. Und ja, also das fand ich ein bisschen schade. Also das Verhältnis hat nicht so gestimmt von, man baut was auf und das Problem wird dann gelöst, sondern man hätte ein bisschen länger das Problem lösen können, durchaus. Also es war wirklich sehr schnell dann alles wieder vorbei. Ja, die Story, die erzählt nichts Neues. Also alles von dem, was man da sieht, hat man auf irgendeine Art und Weise schon gesehen. Das ist immer ein bisschen das Problem mittlerweile bei Superheldenfilmen. Aber durch den Humor und durch die viele Action wird es halt doch nie langweilig. Aber es gab halt wirklich so Szenen, da hat man irgendwie den Überblick verloren, weil wirklich so viel passiert ist und man halt nicht alles gleichzeitig wahrnehmen kann. Aber ja, das ist so üblich bei Actionfilmen. Die Musik war noch relativ cool. Es gab so eine Unterwasserszene bei Piraten. Da gab es so noch eine coole Gesangseinlage. Also das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und ja, Ackerman 2, ich möchte halt die Story nicht so sehr spoilern. Und ja, ich kann diesen Film empfehlen, aber wenn, dann wirklich im Kino, weil halt dann der Sound noch wirklich besser ist, als wenn man ihn zu Hause wahrscheinlich anschaut bei den meisten. und ja, er unterhält, er macht Spaß, aber es ist jetzt nicht die beste Leistung von DC, was sie da auf die Leinwand gezaubert haben. Es ist sehr viel Luft nach oben. Es ist wirklich ein Film, den man sehr, sehr schnell wieder vergisst, wenn man ihn gesehen hat. Und ja, er bezieht zwar auch ein bisschen Bezug auf die Realität mit Erderwärmung und dass das nicht so toll ist. Natürlich hier ein bisschen anders erzählt, mit anderen Gründen, warum das die Erderwärmung gibt. Aber ja, es hat so ein bisschen Parallelen zur normalen Welt, wenn man es so will. Jo, also ich glaube, es ist das meiste gesagt. Der Film ist kein Meisterwerk aus meiner Sicht. Ich gebe dem Film eine 6 von 10, also knapp über dem Durchschnitt. 6 von 10 ist so okay bei mir. Aber Leute, die mich auf Instagram verfolgen, wissen so ungefähr, wie meine Skala ist. 7 ist gut, 6 ist okay, 5 ist Durchschnitt. Also er ist okay. Er hat Spaß gemacht. Action war da. Sah nicht immer top aus. Vorhersehbar, ein bisschen lange oder zu lange dieser Film für das, was erzählt wird. Aber man kann ihn anschauen. Er tut niemandem was, dieser Film. Er unterhält und ist Popcornkino. Also man kann da rein Popcorn essen und hat Spaß. Und viel mehr muss dieser Film auch nicht sein. Er muss jetzt nicht das Meisterwerk schlechthin sein. Aber er könnte es natürlich sein. Und dann wäre die Bewertung auch ein bisschen höher. Gut, also. Aquaman, Lost Kingdoms, 6 von 10 von mir. Bald gibt's die nächste Review. Und man hört sich dann spätestens wieder. Wie habt ihr Aquaman gefunden? Bitte in die Kommentare. Und ja, welches war euer bester DC-Film vom Jahr 2023? Würde mich auch interessieren. The Flash oder Blue Beetle oder war es doch schon SM2? Oder sogar Aquaman 2? Schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Gut, das war's jetzt. Und wir hören uns bei der nächsten Kritik. Bis dann.